Tote Katze wird zum Lieblingsspielzeug eines Eisbären. Ratet mal, was dieser Eisbär in einem Zoo in Holland zu Weihnachten bekommen hat. Eine tote Katze. Oh, da rennt noch einer rum. Drei, glaube ich. Hä? Wo? Einer ist noch in der Bastelte. Einer ist da in der großen Bastelte. Da wollen wir mal so tun, als ob wir hier eine Runde fliegen. Also wegfliegen und dann hier mal ein bisschen höher eine Runde fliegen. Und den habe ich nicht mehr verfolgen. Ich habe den im Visier. I like killing Militia. Easy kill. Easy. Warte, warte, so. Zweiter rechts. Was heißt denn, was war heute Mittag eigentlich los? Du warst plötzlich weg. Weg. ... ... ... ... ... Vielen Dank.